Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex und es ist wieder soweit Sonntag, ein neuer Wochenreporter auf uns wartet und mittlerweile haben wir schon Mitte August, wir wollen heute mal folgende Themen anschauen und zwar zum einen geht es heute mal darum, einen kurzen Rückblick, was ist eigentlich passiert bei unseren Lieblingscoins, danach zeige ich euch einmal die Funktion Gewinner und Verlierer auf coinmarketcap.com Finde ich gerade jetzt im Moment ziemlich spannend und ja, es gibt gute Neuigkeiten aus China, darauf will ich kurz mit euch eingehen, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund dafür sein, warum NEO, also N-Shares und Omisego diese Woche so extrem aufgefahren haben, wir gucken es uns gleich mal genau an und zu guter Letzt noch einmal das Thema Sony und IBM steigen in Blockchain ein, was hat es damit auf sich, kurz und knapp, auf geht's! Ja, wir fangen mal an mit coinmarketcap.com Ich habe euch mal hier die aktuelle Seite geöffnet, so ich aktualisiere nochmal So, ja wir sehen also, der Bitcoin hat sich wirklich festgefahren über der 3000er Marke, also auch im Euro-Bereich, ich mache mal eben kurz auf Euro So, 3250 Euro in etwa, der Wahnsinn, wenn wir mal zurückdenken, vor 2-3 Monaten, wo es dann noch darum ging, ja was ist mit Segwit und alle waren verunsichert und so weiter, da haben wir so um die 2000 Euro Marke rumgedümpelt und jetzt sind wir bei über 3000. Wir sehen also die Zukunftsvision, dass wir bis zum Ende des Jahres bei 5000 Euro stehen können, scheint gar nicht mehr ganz so ungreifbar und ich bin mal gespannt, was noch kommt. Darüber hinaus haben sich bei den Top 5 eigentlich nicht die besonderen Veränderungen ergeben, Bitcoin Cash bleibt weiter so ein bisschen im Schatten, wir sehen eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung immer wieder, also er kann sich noch nicht so richtig entscheiden, aber natürlich besonders auffallend, eben schon angesprochen, NEO und da gucken wir uns auch mal ganz genau den Chart an. Ja, also generell ist NEO ja schon dafür bekannt oder Endshares, das habe ich euch glaube ich im letzten Video schon erzählt, dass es immer sehr, sehr stabil bleibt, wir haben also eine große Seitwärtsbewegung gehabt und jetzt haben wir einen extremen Boom gehabt, wir waren immer so um die 8, 9, 10 Dollar, dann plötzlich auf 17 Dollar, das war schon das absolute All-Time-High und nicht genug, jetzt sind wir bei über 30 Dollar, er pendelt sich jetzt so zwischen 25 und 30 Dollar ein und das ist schon eine erstaunliche Entwicklung. Wie das Ganze kommt, dazu wie gesagt gleich meine Vermutung, weil China Neuigkeiten hat und ja, bevor wir damit starten, noch einmal auf das Thema Gewinner und Verlierer. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal hier ausprobiert habt, ihr könnt neben den Top 10, die ihr eben gesehen habt, können wir auch, oder die Top 100, da können wir auch einstellen, hier oben bei Tools oder bei Trending, genau hier war es, Gainers and Looses und hier sehen wir jetzt einmal die Coins, die uns vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bekannt sind, da können wir mal sehen, was da gerade passiert, denn wenn wir sie auf der ersten Seite sehen, dann ist es meistens schon so ein bisschen zu spät, um wirklich richtig Geld abzugreifen, denn gerade die kleinen Coins, die noch nicht so viel Vertrauen haben, da könnt ihr euch natürlich prinzipiell noch ziemlich gut eindecken, allerdings solltet ihr, bevor ihr investiert, immer wissen, was steckt eigentlich dahinter, welche Technik und euch vielleicht auch mal inhaltlich mit dem Thema beschäftigen, wer sind die Macher dahinter, basiert das auf einer Blockchain oder eher auf einem Protokoll und all diese Themen, in meinen Videos glaube ich, erläutere ich hin und wieder mal, worauf ich so achte, schaut euch gerne mal andere Videos von mir an, ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich von Coins halte, ich versuche euch mal so neutral wie möglich zu antworten, denn ihr wisst ja, ich bin kein Tippgeber in dem Sinne, sondern ich bin eher dafür da, um euch so ein bisschen aufzuklären, um die wichtigsten Themen einfach mal zu besprechen, damit ihr dann ganz alleine entscheiden könnt, in was ihr investiert. Okay, was ich besonders spannend fand, war die Monaco, also Monaco habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie so richtig wahrgenommen, ich hatte jetzt, weil Tenex, so einer meiner persönlichen Favoriten ist, so viel sei mal gesagt, ja sehr, sehr publik momentan ist und viel darüber diskutiert wird, habe ich eben auch ein bisschen was über Monaco lesen können und Monaco ist im Prinzip das gleiche System, das wir bei Tenex haben, das heißt man hat eine Debitcard, also so eine Art Kreditkarte und mit dieser Karte kann man dann mit Ethereum oder mit Bitcoin und bei Tenex auch noch mit Dash oder anderen Währungen, ich glaube Monero ist auch mit dabei, kann man halt überall bezahlen, egal ob ihr im Parkhaus seid, ob ihr bei McDonalds seid oder egal wo ihr euch rumtreibt, ihr könnt halt jetzt statt mit Bargeld mit euren Coins bezahlen und das gleiche System steckt eigentlich auch hinter Monaco. Monaco hat jetzt natürlich, nachdem Tenex so extrem profitiert hat, auch scheinbar das Vertrauen gewonnen und wir sehen, dass hier ein extremer Hype war gerade, das war jetzt gerade am, ja Samstag war es auch noch so, also Freitag auf Samstag, da war es extrem high und wir gucken uns einfach mal an, wohin die Reise noch geht. Aufmerksam geworden bin ich nur deshalb darauf und deshalb auch dieser Blick heute mal hier rauf, weil ich mir mal diese Liste angeschaut habe, Biggest Gainers, ja und da sind die mir aufgefallen und so kam es, dass ich mich dann tiefgründiger damit beschäftigt habe und ja, vielleicht ist es für euch auch ganz spannend, genauso spannend, ich mache mal die Werbung weg, genauso spannend ist sicherlich auch die Frage, wer sind eigentlich die größten Verlierer, denn auch das gibt uns ja so einen gewissen Hinweis und die allermeisten Coins, die ich hier sehe, habe ich wirklich noch nie so richtig wahrgenommen, aber wir sehen zum Beispiel auch in dieser Liste, dass Omisego und Civic kurzfristig mal wieder verloren haben am Boden, wobei ich finde 8% verhältnismäßig wenig, aber trotzdem werden sie hier als Loser aufgezeigt, das zeigt uns aber auch, dass es generell wenig Verlierer gab in dieser Woche, es war eine sehr, sehr coole Woche für alle Anleger, wir haben bei den Altcoins mega absahnen können, teilweise wie gesagt 60, 70 oder 100% gemacht und es gab wenig Verlierer, selbst so Währungen wie Ethereum, die sich immer noch nicht so recht entscheiden können, sind nicht abgesackt, sondern sind im Prinzip da geblieben, wo sie waren und haben jetzt eher eine Seitwärtsbewegung, also wenn überhaupt ging es nur bergauf und bei eigentlich keinem Coin so wirklich bergab. Ja, jetzt zu den Good News aus China und zwar, ich will es nicht so spannend machen, wie immer werde ich euch die Artikel auch in die Beschreibung posten, auf BTC oder BTC Echo wird ein kurzer Artikel dazu geschrieben und hierbei geht es darum, dass China nun offiziell bekannt gegeben hat, dass sie ihr Steuersystem verbessern wollen, ändern wollen und das Ganze soll zukünftig auf der Blockchain-Technologie basieren. Dementsprechend haben natürlich Coins, die in China extrem publik sind, wie zum Beispiel Chinas erster Coin, so deren Mutterwährung, wenn man so will, im Kryptobereich, das ist da N-Shares und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch durch diese offizielle Bekanntgabe dementsprechend der Markt extrem aktiv war und viele, viele Menschen investiert haben, vielleicht sogar der Staat selbst und das wird dazu geführt haben, dass diese Währung so extrem gehypt wurde in den letzten Tagen. Ich glaube auch, dass es noch nicht das Ende der Fahnenstange ist bei N-Shares. Ich denke mal, die werden sich jetzt auch wirklich im zweistelligen Bereich weiter bewegen und wenn ihr es genau lesen wollt, was dahinter steckt und was sie sich ganz genau überlegen mit diesem Steuersystem, dann lest euch gerne den Artikel einmal durch. Ich möchte unbedingt nur unter 10 Minuten bleiben, damit ihr schnell und knackig alle Infos bekommt und deshalb gehen wir jetzt auch mal auf die letzte Meldung von heute. Die fand ich persönlich ganz cool, weil die riesigen Unternehmen auf dieser Welt scheinen immer mehr Blick auf die Kryptowelt zu gewinnen und wir sehen hier, dass Sony und IBM gerade gemeinsam an einem Projekt arbeiten, wo es darum geht, Mitarbeiter und eventuell auch Neulinge einfach besser zu bilden, besser auszubilden und das Ganze soll zukünftig auch auf einer Blockchain basieren. Man merkt also, dass die großen Unternehmen, die also wirklich Kapazitäten haben, um sich auch mal mehr zu beschäftigen als nur mit der Produktion oder mit dem Vermarkten, sich auch mal überinformieren, was für Alternativen gibt es für die Zukunft und wenn sie bei ihren eigenen Mitarbeitern anfangen, die Blockchain einzusetzen, sollte das schon was bedeuten, denn die Mitarbeiter sind im Prinzip das Wichtigste von den Firmen und die sollen zukünftig eben sicher und einfach lernen können und das überlegen sie sich mit dieser Bildungsplattform. Viele Details stehen hier jetzt nicht drin, es steht eher nur die Idee dahinter darin. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen so ein Betriebsgeheimnis, was sie da genau vorhaben. Aber wir können mal gespannt sein, es zeigt auf jeden Fall, die Kryptowelt geht in die richtige Richtung. Wir haben also nach wie vor großes Interesse von großen Investoren, von großen Firmen und auch viele Visionäre, die gerade auf die Kryptowelt setzen und das sollte uns allen Mut machen, dass wir mit unseren Anlagen, mit unseren kleinen Trades, die wir so durchführen, langfristig hoffentlich auch viel Geld verdienen können, um eben, wie der Kanal schon sagt, finanzielle Freiheit zu erlangen durch Kryptowährungen. Das wäre ziemlich cool und das würde ich euch allen wünschen. Ja, das war es an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ja, macht euch einen richtig, richtig geilen Abend und bis bald. Ciao!